So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich, wie heißt die Aufgabe? Fügelgegnern schaden mit einer Spitzhacke zu. Ich würde sagen, wir machen das Ganze bei ihm hier. Zack, zack, dran. Aber, ihr seht, Schaden gemacht. Ganz easy, ich mache nur gerade von der Aufgabe noch im Weiteren. Oh, wir haben Level 200 erreicht. Ich habe gesehen, die zwei sind hier am Fighten. Deshalb bin ich direkt hingegangen, wollte natürlich auf Aufnahmen drücken. Ihr habt ja gerade gesehen, dann kamen wir gerade um die Ecke. Und da habe ich mir gesagt, komm, macht die Pickaxe-Schaden direkt mit. Wenn ihr es natürlich nicht so leicht habt wie ich, landet einfach in großen Städten, fliegt den Leuten hinterher, gebt ihnen zwei, drei Hits, macht das zwei, drei Runden lang. Und auch so habt ihr ganz easy den Schaden gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen, was ihr halt genau machen müsst. Wenn ja, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Aufgabe und haut. Das war ja. Vielen Dank.